Vom 11. bis 13. Mai feierte die Blaskapelle Gesmold ihr 50-jähriges Bestehen. Am Freitag wurde mit Ankunft der Brixlecker Blaskapelle das Festwochenende eröffnet. Neben den vielen Ehrengästen, die zum Jubiläum gratulierten, wurden die gründungs- und langjährigen Mitglieder der Gesmolder Blaskapelle für ihr Engagement offiziell geehrt. Zahlreiche begeisterte Besucher freuten sich am Samstag über ein umfangreiches Showprogramm und feierten anschließend mit der Top 40 Band Back to the Roots bis spät in die Nacht. Der Sonntagmorgen begann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Danach fand bei bestem Wetter der große Festumzug durch den Ortskerngesmold statt. Am Ende des Festumzugs sammelten sich auf dem Festplatz alle Blaskapellen, um gemeinsam zu musizieren. Abschließend gaben die Blaskapellen noch einmal ihr Können zum Besten und sorgten für den musikalischen Ausklang. Am Ende des Festumzugs sammelten sich auf dem Festumzugs sammelten. Am Ende des Festumzugs sammelten sich auf dem Festumzugs sammelten. Der komplette Film 50 Jahre Blaskapelle Gesmold ist demnächst auf DVD erhältlich. Über die Blaskapelle Gesmold ist demnächst auf dem Festumzugs sammelten. Am Ende des Festumzugs sammelten sich auf dem Festumzugs sammelte. Am Ende des Festums sammelten wir in den Festumzugs sammelten. Am Ende des Festums sammelten sich auf dem Festumzugs sammelten. Vielen Dank.